Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nicht. Argus' Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen. Und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen. Abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage. Und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren. In Untergrundorganisationen, aber es ist egal. Lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Nur auf uns sowieso. Ey, wo soll ich denn wohnen? Wusste wie wär's mit Heilbron? W W Untertitelung des ZDF, 2020